Heyo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Episode des Profi-Walkthroughs von Dark Souls 3. Der Plot spitzt sich zu. Wir sind in Farons Feste angekommen und hier werden wir auf den ersten der großen Aschefürsten treffen. Bis wir dahin kommen, ist es allerdings noch ein weiter sehr kniffliger Weg, denn Farons Feste ist ein so düsterer wie ekliger Sumpf, der ein paar fiese Tatsachen bereithält. Zum Ersten, wenn man hier dieses Wasser betritt, wird man langsam aber sicher vergiftet. Wenn dieser Lilla Balken voll ist, dann ist das Gift quasi angekommen in unserem Blut und wird eine Zeit lang unsere Trefferpunkte verringern. Keine Sorge, das ist kein allzu schlimmes Gift, macht nicht sonderlich viel Aua und ist auch schnell wieder aus dem eigenen Kreislauf draußen, aber es wäre nicht schlecht, entsprechendes Gegenmittel dabei zu haben. So, hier unten in Farons Feste, das ist ein bisschen verwirrend alles, das ist kein allzu großes Gebiet, allerdings kann man sich sehr, sehr schnell verlaufen, weil es sehr neblig und sehr dunkel ist. Deswegen nicht irritieren lassen und möglichst meinem Walkthrough hier folgen. Was wir hier tun müssen, es gibt in diesem Gebiet drei Leuchttürme, einen davon sieht man da vorne schon und wir müssen alle drei erreichen und deaktivieren, ausschalten, damit wir das Tor zum ersten Aschefürsten öffnen können. Das machen wir jetzt. Aber zuerst sammeln wir ein paar Items ein, denn hier unten gibt es echt jede Menge Items. Hier gleich an der Mauer ist der erste. Lila Losklumpen, äh ja, Lila Moosklumpen. Das sind eben genau die Gegengiftmaßnahmen, die man verwenden kann, um die Vergiftung wieder zu reduzieren. Die legen wir deswegen auf den Schnellzugriff und können weitermachen. Dann rennen wir mit Karacho hier zu diesem Item. Manchmal wird das Wasser ein bisschen tiefer, dann kann man nicht mehr rennen. Und jetzt geht es wieder zurück. Jetzt seht ihr der Balken unten, der nimmt langsam ab, so wie es auch unsere Lebenspunkte jetzt tun. Aber ihr seht, so wirklich bedrohlich ist das nicht. Also es ist dann im Ermessen eines jeden Spielers zu entscheiden, nehme ich jetzt einen Lila Moosklumpen oder versuche ich so weiterzukommen. So, hier haben wir unseren ersten neuen Gegnertyp, Schnecken. Man kennt sie bereits aus dem ersten Dark Souls. Da sind sie auch im Sumpf in Blytown in Schandstadt rumgelatscht oder eher rumgekrochen. Die sind weitgehend ungefährlich. Es gibt nur zwei Dinge, die ihr beachten solltet. Nicht von vorne angreifen, weil sie da zum einen eben rumrotzen und zum anderen auch springen können. Und zum zweiten nicht in der Gruppe angreifen, sondern immer seitlich und einzeln. Dann sind die Dinger absolut überhaupt kein Problem. So, hier um die Mauer herum, bei diesen vielen anderen Schnecken, sind noch ein weiteres Item. Eine sehr flatterte Stoffmaske, die taugt überhaupt nichts. So, um ja so ein bisschen sicher voranzukommen, kann man auch sich immer hier diese kleinen Inseln suchen, weil die sind natürlich ungefährlich, da wird man nicht vergiftet. Aber es ist auch so, wenn man schon vergiftet ist, wie das jetzt hier der Fall ist, und wir diesen Balken auf dem unteren, mittleren Bildschirmrand haben, dann ist es egal, dann können wir sowieso hier in dem Schlons rumlaufen, ohne dass irgendwas passiert. Vergiftet sind wir so oder so. Wenn der Balken allerdings langsam wieder abgenommen hat, sollten wir uns dann wieder auf sicheres Terrain begeben, weil sonst die Vergiftung von Neuem beginnt. Hier liegt ein ganz wichtiger Gegenstand, und zwar eine weitere Estus-Scherbe. Schnecken sind übrigens extrem anfällig gegenüber Feuer. Ein Grund mehr, warum wir unsere Dunkel-Axt umfunktioniert haben. Tendenziell sind sowieso deutlich mehr Feinde gegen Feuer anfällig als gegen Dunkelschaden. Hier hoch geht es zum ersten Leuchtfeuer, da seht ihr es. Aber wir grasen vorher noch ein paar Gegenstände ab, die hier noch im Sumpf versteckt liegen. Die sind nämlich zum Teil richtig wertvoll. Da hinten liegt schon das erste. Die Schnecke nehmen wir aber noch mit. Dieser Teil des Sumpfes ist noch weitgehend ungefährlich, weil hier im Grunde nur diese Schnecken rumkriechen. Wir kommen allerdings dann gleich in einen anderen Teil, wo dann ein paar deutlich gefährlichere Gegner auf uns warten. Es wäre ja kein Dark Souls, wenn es nicht so wäre. Und jetzt schaffen wir es vielleicht rechtzeitig hier auf den trockenen Untergrund. Jawohl. Und jetzt liegt hier noch ein weiteres Item. Das ist hier irgendwo zwischen den Bäumen. Da ist es. Einsammeln. Und weiterrennen. Und vielleicht reicht es ja rechtzeitig hier auf den trockenen Grund zu kommen. Und Vorsicht, hier ist ein Schattenritter. Das ist ein ziemlich heftiger Brocken, weil er sehr viel Ausdauer hat, ein dickes Schwert und ganz schön aggressiv ist. Aber auch hier hilft es ihn zum Kreisen und einen möglichen Backstab auszulösen. Das Gute ist, einmal getötet, bleibt er tot. Au. Das ist jetzt ein magischer Schild. Jetzt reicht es aber. PvP-Gegenstand. Du hättest eigentlich bitte mal dein Schwert fallen lassen können. Aber vielleicht dein Kollege, der ihn ein bisschen später auch begegnen werden. Hier im Turm haben wir einen richtig tollen Fund. Nämlich eine Kohle, mit der André mehr Sachen herstellen kann oder mehr Waffen unterschiedlich durchwirken kann. Ganz, ganz cool. Und hier hinten ist jetzt nichts mehr. Da könnt ihr euch dumm und dämlich suchen. Hier ist wirklich nichts mehr versteckt. Deswegen bewegen wir uns jetzt hier an diesem Berg entlang. Wieder zurück zur Treppe. Und wir steigen den kleinen Hügel. Und hier kommt jetzt der neue Gegnertyp, von dem ich gesprochen habe. Die sogenannten Gruß. Gnus? Gruß? Äh, Gruß glaube ich. Die eine ganz gefährliche Attacke haben. Die jetzt nicht. Die mit Schild und Speer sind recht easy. Der allerdings ist ein bisschen gefährlicher, weil er einen nämlich sehr gerne umarmt. Und einem auf den Kopf springt. Und dann setzt er sich auf deiner Schulter fest und reißt einem regelrecht den Kopf ab. Also nicht angreifen lassen. Die hier sind, ja, relativ dumm. Und relativ leicht umzuhauen. Keine allzu große Gefahr. Das ist jetzt der erste Kamin, den wir deaktivieren müssen. Das ist jetzt der erste Kamin. Der erste Kamin, den wir deaktivieren müssen. Das ist jetzt der erste Kamin. Der erste Kamin. Richtig geraten in dem gerade eben gezeigten großen Gebäude wartet der Aschefürst darauf von uns umgehauen zu werden. Alles klar. Ah, nochmal so ein Spaßvogel. Hallo, komm her. Immer agil bleiben, immer in Bewegung bleiben. Wer steht, stirbt bei diesen Viechern. Gut, auf diese Berge kommt man immer über zwei unterschiedliche Treppen. Die eine sind wir jetzt hochgekommen, die andere gehen wir jetzt gerade wieder runter. Die ist meistens im Grunde ja auf der anderen Seite der Uhr, wenn man so will. Also wir sind zwölf Uhr hochgelaufen und müssen sechs Uhr hier wieder runter gehen und entdecken auch schon die nächsten weiteren Items in der Entfernung. Das erste liegt hier gleich unten vor dieser Ruine und da rennen wir jetzt hin. Kleine Titanitscherbe, rennen weiter und hier links die Schräge hoch. Das hat jetzt gerade nicht gereicht, schade. Das sind jetzt die kleinen Versionen der Gruß. Die sind noch schneller. Sie erinnern so ein kleines bisschen an Hunde, aber sie sind auch ein kleines bisschen schneller umzubringen. Zwei Hiebe mit unserer Feuer-Axt und sie sind Geschichte. Ein Großschwert. Schauen wir mal. Braucht 28 Stärke, skaliert, naja, nur mäßig mit auf Stärke und Geschicklichkeit, hat aber schon einen fantastischen Grundschaden. Ein Ultragroßschwert, das sind die ganz großen Dinger. Die werden allerdings dann, wenn man sie ublevelt, super, um aufzuräumen unter den Feinden, weil die wirklich ordentlich, ordentlich Schaden austeilen. So, jetzt ist gegenüber noch eine weitere von diesen Ruinen-Schrägen. Zu der rennen wir jetzt auch rüber. Hier ist es recht tief, das Brackwasser. Weitere Moosklumpen, immer super. Das kann ich jetzt mal zeigen, wie das funktioniert. Auswählen, aktivieren und die Vergiftung ist abgeklungen. Gut, nun rennen wir jetzt links an dieser Schräge, auf der wir eben waren, vorbei und kommen schon gleich zum nächsten Hügel mit dem zweiten Leuchtfeuer. Ihr seht schon, also wie schnell man hier vergiftet wird. Es ist eigentlich fast schon eine Schande, die lila Moosklumpen für das zu vergeuden. Zwar mag man dazu sagen, es gibt wenige Möglichkeiten im gesamten Spiel, sich irgendwie zu vergiften. Es gibt so den ein oder anderen Feindtyp, der Giftzauber beherrscht und deswegen wird man wohl tatsächlich einen Großteil der Moosklumpen hier verschwenden. Aber, ähm, ihr seht ja, wirklich nötig ist es nicht. Gift war schon mal gefährlicher in Dark Souls. Noch jemand? Ah, du bist, du bist derjenige, der mir, jawohl, genau. Dankeschön. Dich habe ich vorhin erklärt. Mit deinen Kopfsprüngen und auf... Ihr seht, das ist ein unglaublich unerbittliches Wesen. Und jetzt wird er mich umbringen. Wird er nicht. Jetzt reicht's aber. Wird er doch. Hahaha. Also, jetzt erstmal Abstand. Heilen. Dieser Griff, er macht vor allen Dingen halt auch keine Pause. Er macht's immer und immer wieder. Das ist das Gefährliche dran. Gleich schon wieder auf uns losgesprungen. Also bloß nicht zu Atem kommen lassen. Wenn er springt, sofort wegrollen. Sonst ist halt einfach ganz schnell Schicht im Schacht. Die schlimmsten Feinde hier unten in Farons Feste. Das ist mal sicher. Okay. Jetzt gehen wir hier den Berg hoch. Dahinter auch hier gibt's nichts, was noch irgendwie rumliegt. Also keine Sorge. Wir verpassen nichts. Wir sammeln alles ein. Du bist Gott sei Dank einer der eher harmloseren Sorte. Weitere Entgiftungsmoosklumpen. Und hier haben wir schon den zweiten von drei Kaminen. Und hier haben wir schon. Hier geht's jetzt über eine Brücke. Und dahinter sehen wir schon ein rettendes Leuchtfeuer. Aber davor drei Gegner. Das müssen wir jetzt ziemlich clever angehen. Denn die zwei links- und rechtssitzenden, das sind zwei Nahkämpfer. Einer mit zwei Schwertern. Der rechte mit einem Speer. Und der da hinten ist ein Zauberer, der Giftschaden beherrscht. Oder Giftsauber beherrscht. Da müssen wir einen nach dem anderen anlocken. Der hier am besten zu guter Letzt, weil der sehr lang braucht, bis er angelatscht kommt. Das ist der aggressive von allen dreien. Ach, die haben beide ein Schild. Na gut, umso besser. Ich hatte noch in Erinnerung, dass das alles Schwertkämpfer sind. Und sie sind alle sehr passiv, wollen einen auf die Brücke locken, damit alle anderen aufwachen. Das macht sie so ein bisschen gefährlich. Der Schamane da hinten, der bleibt auf der Brücke. Versucht nur uns mit der Giftwolke zu erreichen. Einfach genug Abstand. Hör jetzt auf. Fünf-Schlag-Kombo. Nicht schlecht, junger Mann. Du hast aber nur einen so schäbigen Schild, das hilft dir auch nichts. So, den greifen wir an, wenn er zum nächsten Mal sein Gift gespuckt hat. Warten das kurz ab. Aber da wir eh gerade schon vergiftet sind, werden wir auch ruhig. Und ihm dann den Rest geben. Plumps. Ein Leuchtfeuer, sehr gut. Da setzen wir uns gerade nieder, um uns zu regenerieren. Weil zurück müssen wir nicht mehr, es geht nur noch nach vorn. Hier die Rampe runter ist rechts ein Turm mit dem zweitwichtigsten Gegenstand hier unten in Pharaons Feste. Wir haben vorhin schon eine Estus-Scherbe eingesammelt. Hier unten liegt ein Knochensplitter, mit dem wir den Wirkungsgrad unserer Estus-Flakons verstärken. Allerdings sind hier Unmengen Schnecken drin. Also bitte nicht völlig unbedarft reinstürmen und drauf loshauen, sondern... Nach zwei, drei Attacken sofort wieder raus. Die nächste Tür wählen. Weil wenn sie einen treffen, blockieren sie einen auch und dann trifft einen die nächste Schnecke und die übernächste und prompt ist man tot. Tot durch Schnecken. Das ist sehr traurig, dass wir kein Dark Souls-Spieler auf seinem Grabstein stehen haben. Der Knochensplitter. Wunderbar. Hier stehen wir vor dem Tor, das dann zum Aschefürsten führt, aber wir haben noch ein weiteres Leuchtfeuer zu deaktivieren. Das kommt als, ja ich nenne es jetzt mal übernächstes. Wir haben jetzt hier noch ein paar Gegenstände einzusammeln und zwar ist hier ein ganz großer Turm. Und der führt in einen interessanten Nebenbereich der Pharon-Feste. Machen wir gleich und zwar geht hier die Leiter hoch. Aber vorher seht ihr überall noch ganz viele Gegenstände. Wo sind wir? Weg. Der erste ist gleich da vorne. Und da hinten seht ihr auch den zweitgefährlichsten Gegnertyp in Pharons Feste. Baum-Magier. Die kämpfen mit einem riesengroßen Baumstumpf, der im Nahkampf sehr, sehr gefährlich ist. Und sie beherrschen Arkan-Magie, die noch gefährlicher ist. Wir werden nachher ohnehin drei von ihnen angreifen. Ich versuche jetzt den hier zu vermeiden und nicht auf mich aufmerksam zu machen. Denn man sollte sowieso immer versuchen, die Typen links liegen zu lassen. Kein Spaß, sich mit denen anzulegen. Deswegen salben wir das ein. Kleine Scherbe und schnell wieder weg. Gehen an diesem Feuer vorbei, laufen zu dieser Insel rüber. Bewegen uns wieder Richtung großer Turm hier. Gehen auf den Hügel hoch, um das nächste Item einzusammeln. Hört auf zu spucken. Ganz nützlich, hier hat jemand einen Topf mit Estus-Suppe hingestellt. Da können wir uns einmal regenerieren. Dankeschön, sehr nett und sehr lecker. Wolfsblut-Gras-Klinge, das klingt nach einer Waffe. Nein, was war denn das? Schauen wir uns später an. Jetzt aber erstmal nach da oben. Hier oben hält das Spiel ein paar tolle, aber auch ein paar nicht so tolle Überraschungen bereit. Aber zur Abwechslung jetzt erstmal die guten Nachrichten. Nehme ich gleich zwei auf einmal. Wir gehen noch nicht da rein, sondern gehen erstmal außen rum. Hier die Treppe rauf. Und dann treffen wir hier auf einen Crystal Lizard. Sprungattacke, normaler Hieb und er ist Geschichte. Funkelt Titanit für unser Schild. Und hier ist es schon angedeutet, eine gefakte Wand. Und da dahinter verbirgt sich Asche eines Traumjägers. Die ist für unsere Schrein-Mite super. Damit erweitert sie ihr Portfolio. Und hier treffen wir, kaum zu sehen, auf den nächsten Covenant des Spiels. Und unser neues, nächstes Leuchtfeuer. Das waren jetzt die guten Nachrichten. Jetzt kommen die schlechten. Es geht weit nach oben, über die Wolken von Pharaons Feste. Da oben ist Burg Lothric. Da hinten ist die Kathedrale des Abgrunds. Unter uns ist Pharaons Feste mit den Leuchttürmen. Ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Hier oben wartet aber noch was anderes Beeindruckendes. Beeindruckend gefährlich. Da hinten nämlich der Streuner-Dämon. Dark Souls 1 Spieler kennen ihn schon als Asyldämon und Streuner-Dämon. Man hat ihn in Dark Souls 1 dreimal bekämpfen müssen. Er ist hier nochmal einen Ticken gefährlicher. Unter ihm zwei Hiebe. Und dann Vorsicht, weil er mit seinem Schwanz ausschlägt. Er hat auch diese Stampfattacke, die man vom Streuner-Dämon aus dem ersten Teil kennt. Ein zwei Hiebe, Schild hoch. Aufpassen. Und seinen Hammer unbedingt vermeiden. Auf Distanz gehen empfehle ich auch nicht, weil er nämlich dann anfängt, Steinbrocken um sich zu werfen. Und denen auszuweichen ist nahezu unmöglich. Das war sein Griff. Damit hebt er einen hoch und wirft einen durch die Gegend, was sehr viel Schaden austeilt. Also auch das ist ein Indiz dafür, sich nicht vor ihm zu bewegen. Warum das jetzt getroffen hat, das ist jetzt auch fraglich. Wow! Was war denn das für eine Hitbox? Glücklicherweise ist der Weg vom Leuchtfeuer zum Streuner-Dämon nicht weit. Das ist also recht frustresistent oder frustlos, hier wieder hinzukommen. Man muss halt nur seine Seelen wieder einsammeln und dann einen neuen Versuch starten. Immer das Schild oben haben, weil der Typ verspeist Ausdauer zum Frühstück. Die Sprungattacke ist deswegen auch so gefährlich, weil dadurch die Markierung flöten geht und man die neu markieren muss. Nie vergessen bitte. Und immer hinter ihm bleiben. Denn das Gefährlichste, was er machen kann, ist seine Griffattacke. Und das macht er sogar schon, wenn man neben ihm steht. Jetzt haben wir ihn sogar verletzt und können ihm richtig den Rest geben. Und das war's mit dir. Wir bekommen 5500 Seelen und seine Seelen, die wir bei Lertrick umtauschen können. Hier liegt Glut herum. Eine Großaxt. Jo, gerade ist wieder meine Xbox ausgegangen. Sorry für den Schnitt, ihr habt nichts verpasst. Es gibt hier noch ein kleines Geheimnis zu verraten. Und zwar werden wir sehr, sehr, sehr viel später im Spiel auf Havel treffen. Wir kennen ihn schon aus dem ersten Dark Souls. Da war es ein ziemlich harter Brocken, ein ziemlich böser, fieser Gegner mit fiesem Schild, fiesem Drachenzahn als Waffe und einer ganz fetten Rüstung. Und wenn wir ihn bezwungen haben und hierher zurückkehren, wo wir den Streunerdämon umgehauen haben, wird hier an dieser Mauer Havels Rüstung liegen. Falls ihr Bedarf an diesem Ding habt, aber man muss wirklich sehr viel Belastung haben, weil das Ding unglaublich schwer ist, hierher zurückkehren und sich über Havels Rüstung freuen. Ein echt, echt gutes Versteck, muss ich sagen, weil man eigentlich, wenn man dann die, wenn man Havel besiegt hat, es gibt keinen Grund mehr hierher zurückzukehren. Absolut nicht. Farons Feste ist abgegrast, das ist alles erledigt. Warum man hierher nochmal zurückkehren sollte, das ist echt gemein. So, nun hier an der Mauer entlang, diesen kleinen Vorsprung entlang, kommen wir noch auf die andere Seite, dieser hohen Brücke, Mauer, Turm, whatever. Und hier warten gleich drei Crystal Lizards auf uns. Da ist schon der erste und ganz dahinter ist der nächste. Jetzt müssen wir den irgendwie jagen, ohne den anderen auf uns aufmerksam zu machen, weil der sonst verschwindet. Deswegen am besten Richtung Wand locken. Du bleibst jetzt hier. Komm. Her! Große Titanitscherbe. Die Items lassen wir erstmal liegen, die rennen nämlich nicht weg. Anders als du, kleiner Racker, hier. Das war's für dich. Nochmal eine große Scherbe. Blitzspeer, das ist ein Angriffswunder. Ein sehr cooles Teil. Wir werden auch bald mal auf einen, sehr viel später auch im Spiel, auf einen Boss treffen, der diesen Blitzspeer beherrscht. Ein ganz, ganz gemeiner Zauber. Hier oben ist der dritte Crystal Lizard. Der wird allerdings bewacht. Von Untoten, die ein bisschen zu viel gefeiert haben. Gell, ja, der Kopf tut weh. Ich kenn das. Die sollten wir allerdings tatsächlich, ich glaube, das ist auch einer, der schläft, umhauen, weil hier oben einer mit einer Laterne wartet, der nämlich alle aufweckt, wenn er uns bemerkt. Und dann haben wir gleich alle an der Backe. Diese Typen kennen wir ja schon von der hohen Mauer von Lothric. Also die sind nicht wirklich gefährlich, aber wenn sie halt alle aufstehen und einen gleichzeitig jagen, was sie jetzt tun werden. Aber wir haben nicht mehr viele von ihnen. Gut. Hier oben gibt es nichts mehr, aber wir müssen hoch, um auf die andere Seite des Tors zu kommen, um dann einfach wieder zurück hinunter zu fahren, in den unteren Teil von Farons Feste, um langsam aber sicher das dritte der drei Leuchtfeuer zu deaktivieren. Deswegen gehen wir hier die Treppe runter und fahren den Aufzug wieder nach unten. Den müssen wir allerdings erstmal wieder nach oben holen. Ein sehr gefährlicher Abstecher nach hier oben, aber auch ein sehr nützlicher, was wir hier alles abgegrast haben. Das ist echt super. Deswegen machen wir jetzt auch mal einen kurzen Abstecher nach Hause in den Feuerbandschrein, weil es da jetzt einige Sachen zu machen gibt. Zuallererst verbrennen wir den Knochensplitter, um die Estusflakons zu verstärken. Zum zweiten geben wir der Schreinmeid unsere gefundene Asche. Ah, well met, Aschen One. How may I... Aschen One, what woeful Umbral Ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me, for the sport. Oh, yes, I see. Klinging to lofty dreams in this dying world. More is the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Sie hat einen sehr schwarzen Sinn für Humor. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt ihr Sortiment ausgeweitet. Wir können ein paar mehr Sachen kaufen. Da könnt ihr euch mal durchgucken. Es sind ein paar spannende Sachen dabei. Dann gehen wir zu André und schauen, ob wir genug Funkeltitanit oder große Scherben gesammelt haben, um unsere Axt und unser Schild auszurüsten. Dann werden wir auch hier noch den Estes-Flakon verstärken, auch natürlich zuweisen. 10 haben wir schon, wunderbar. Unsere Axt benötigt noch eine weitere große Titanitscherbe. Schade. Unser Bogen benötigt kleine Scherben. Den können wir mal ausverbessern. Am besten gleich nochmal. Der benötigt jetzt auch große Scherben, aber die stecke ich dann lieber in meine Axt. Und unser Schild. Na klar. Funkeltitanit. Vier Stück haben wir gerade so. Zack. Aber natürlich. Und zu guter Letzt gucken wir noch, wie viel wir aufleveln können. Eine Stufe geht's gerade mal. Uiuiui. Das will gut überlegt sein, da wir jetzt dann bald auf den Boss zukommen. Gehen wir doch mal eine Stufe auf Vitalität. Jetzt fehlen uns noch 8000 Seelen Ungrad. Schauen wir mal, was wir an Bossseelen so haben. Die wir verspeisen könnten oder in dem Fall jetzt verkaufen könnten, um vielleicht nochmal ein Level abzubekommen. Aber der Streuner-Dämon hat gerade mal 2000 Seelen nochmal zusätzlich fallen lassen. Das ist viel zu wenig. Wir können auch das Ganze nicht aufbringen, indem wir Gegenstände verkaufen. Das war's also erstmal. Gehen wir zurück in Pharaons Feste. Allerdings jetzt nicht auf den Turm hoch, sondern ein Leuchtfeuer davor. Da wo das zweite Leuchtfeuer war, das wir deaktiviert haben. Und das sind die Ruinen der Feste. Wieder zurück. Gehen wir geradeaus weiter. Die Rampe nach unten. Und hier liegt links oder rechts ein Item. Nicht erschrecken. Das ist unser Schatten. Dann rennen wir auf diesen Hund zu. Links von der großen Boss-Tür. Vorsicht vor seinen Kollegen hier. Und dann seht ihr hinten einen alten Bekannten, die Krabbe. Das Gute ist, wenn wir zu diesem weißen Baum rennen, werdet ihr euch bestimmt erinnern, was dann passiert. Da wird uns nämlich der Riese aus der Untotensiedlung zur Hilfe eilen mit seinen riesengroßen Pfeilen. Und da geht's schon los. Deswegen einfach auf Abstand gehen, Schild hoch und den Riesen alles machen lassen. Der ist nämlich sehr effektiv. Wappenring lauernder Drache. Verlängert Wirkung von Zauber-Effekten. Ist für uns als Herold jetzt nicht so spannend. Gut, dann bewegen wir uns jetzt hier an der Mauer entlang, entgegen des Uhrzeigersinns. Es ist leider zu tief, als dass man hier rennen könnte. Da braucht man ein kleines bisschen Geduld. Aber hier warten Gott sei Dank keine Gegner. Hier wird's wieder ein bisschen flacher. Hier warten jetzt wieder Gegner auf uns, nämlich drei weitere Gruß. Der eine sitzt hier schon und schläft. Gott sei Dank ist hier keiner dabei, der einem auf den Kopf springt. Komm her. Einzelne anlocken. Markieren. Schild hoch. Auspowern lassen und dann draufhauen. Und hier bei diesen toten Pilzmenschen liegt die Schriftrolle des Weisen. Die können wir unseren Zauberern geben. Nun wird es brandgefährlich. Nun kommen wir nämlich auf gleich drei von diesen großen Baumviechern, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Und die stehen hier gerade zu dritt um ein Item herum. Das wollen wir doch natürlich haben. Deswegen locken wir jetzt mal einen an. Und die sind sehr pfeilanfällig. Deswegen so häufig beschießen, wie es nur geht, bis sie einen erreicht haben. Deswegen ungefähr sich so positionieren. Die kommen nämlich relativ schnell angerannt. Auf festen Boden. Und diese toten Köpfe, die sind Homing Missiles. Die suchen einen. Vorsicht. Und jedes Mal, wenn er seinen Baumstamm in den Boden haut, beschwört er neue. Tja, das passiert, wenn man zu unvorsichtig ist. Und dass ich hier in Pharaons Feste so oft sterbe, ist nur zur Veranschaulichung, wie gefährlich dieses Gebiet ist. Nein, wie gesagt, diese Baumviecher, die sind wirklich sau gefährlich, weil die Zauber, die die beherrschen, sind einfach fern von gut und böse. Die Kombination aus Nah- und Fernkampf ist so unglaublich gemein. Dieser Flächenzauber ist gefährlich. All das in Kombination ist einfach irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde auch hier hat FromSoftware ein klitzekleines bisschen übertrieben. Aber ich werde jetzt ein bisschen verschwenderisch mit meinen Estusflakons umgehen, weil da hinten geht es dann sonst nicht weiter. Wir wollen eigentlich nur dieses Item haben. Da kommt schon der nächste Scherzkeks. Gedulds und Spucke. Au, das habe ich doch kommen sehen. Weg, 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 weg. Heilen. Und den letzten Angriff. Was war's mit dir? Einer von den drei lässt den Pharis-Schwarzbogen fallen. Ein ganz cooles Teil. Und den dritten werden wir jetzt nicht angreifen. Ich werde einfach nur hinrennen, das Item einsammeln und wieder wegrennen. Ihr könnt mich jetzt Feigling nennen, wenn ihr wollt. Aber ihr seht, was das für Typen sind. Mit denen ist nicht zu spaßen. Und das Risiko möchte ich jetzt nicht eingehen, hier meine 11.000 Seelen zu verlieren. Nun rennen wir zurück zum Leuchtfeuer, resetten die Welt. Und dann geht es schon weiter. Ach Krabbe, du hast doch keine Chance. Ich habe einen Riesen auf meiner Seite. Leave me alone. Geh weg. Tut gut, wieder hier zu sein. Der Abstecher war jetzt fast noch gefährlicher als den hoch auf den Turm. Aber wir haben es jetzt fast geschafft. Jetzt gibt es nur noch eine Handvoll Items und ein Leuchtfeuer. Und dann geht es endlich zum Boss. Und zwar orientieren wir uns jetzt so, dass wir hier zu unserer Leiter gehen, wo wir den Turm hochgeklettert sind. Um dann in diese Richtung zu blicken. Da links ist das Tor, das zum Boss führt. Und dann laufen wir einfach auf diese Felsen zu. Und dann haben wir hier schon ein Item. Komplettes Rüstungsset. Dann bewegen wir uns oben den Turm herum. Und da haben wir sie. Man kennt sie schon aus dem ersten Dark Souls. Unsere Basilisken. Die Fluchzauber beherrschen. Vorsicht vor diesem Giftnebel. Wenn der einen... Uiuiui, du auch noch. Das ist ja wunderschön. Wenn der Nebel einen erfasst und der Balken sich füllt, sind wir verflucht. Wir werden versteinert und sind instant tot. Wollen wir nicht. Jetzt müssen wir vor dem Baum davonrennen. Und rennen hier die Treppe hoch. Zum dritten Leuchtfeuer. Du bleibst unten, bitte. Ei, 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 ei. Wow. So sollte es nicht laufen. Wir flüchten, wir flüchten, wir flüchten. Aktivieren nebenher mal kurz das Feuer. Deaktivieren es. Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen hektisch wird. Aber naja. Was wir jetzt machen, wir nehmen jetzt einen Heimatknochen, um das Ganze ein bisschen ruhiger anzugehen. Ich fliehe jetzt einfach irgendwo mal in eine Richtung. Wähle den Heimatknochen aus, um zum nächsten Leuchtfeuer zu reisen, um die Welt zu resetten, um das Ganze noch mal ein kleines bisschen ruhiger anzugehen. Das hilft dem Walkthrough jetzt nicht, wenn ich hier grenzdevil durch die Gegend renne. Es gibt nämlich nur noch zwei, drei Sachen einzusammeln. Dann haben wir es endlich geschafft. Hierfür rennen wir auf das Tor zu. Rechts am Tor vorbei. Und entdecken eine kleine Höhle. Nachdem man sich natürlich mal wieder vergiftet hat. Aber hier sind auch die Basilisten, die ich jetzt noch mal kurz erkläre. Man kennt sie schon aus dem ersten Teil. Keine allzu große Gefahr. Ihr Nebel ist es, den Sie ausspucken, der saugefährlich ist. Denn wenn sich dieser Balken, dieser Totenkopfbalken gefüllt hat, werden wir verflucht, wir werden versteinert und sind dann instant tot. Eigentlich müsste ich jetzt warten, bis dieser Totenkopf abgeklungen ist, weil sonst wird es einfach viel zu gefährlich. Aber wir schauen, dass wir das hinbekommen. Mit euch. Okay. In der Masse sind sie gefährlich ohne Ende. Hör jetzt auf. So. Noch einer? Ja klar. Ja klar. Schluss mit dir. Gut. Das wollten wir einsammeln und hier ist auch die Höhle, von der ich gesprochen habe. Eine goldene Schriftrolle. Auch das ist für einen unserer Zauberer geeignet. Noch ein Basilisk. Kommt schon her. Man kann sie super aus der Luft pflücken. Nun trennt uns noch ein weiteres Item vor der Rückkehr zum Tor, das zum Boss führt. und das liegt hier ganz hinten an diesem Turm versteckt. Große Seele. Immer gern genommen. Money, money, money. Nicht wundern, hier liegen zwei Items, die können wir allerdings erst später abgrasen. Dazu müssen wir in das Gebiet des Bosses gehen. Aber da kommen wir jetzt glücklicherweise hin. Deswegen nun zurück zum Tor. Du bist tot. Ja, du bist tot. Liebe auf Nummer sicher gehen. Einfach wieder gegen den Uhrzeigersinn an dieser Mauer entlang. Und bevor wir hier reingehen, sage ich, machen wir einen Cut. Das Video hat jetzt etwas länger gedauert, als es geplant war, weil uns der Streunerdämon ganz schön das Leben heiß gemacht hat. Aber im nächsten Video erkunden wir dann das letzte, etwas kleinere Gebiet vor dem Boss und legen uns dann mit dem ersten der großen Aschefürsten an. Das wird ein Spaß. Ich winke feierlich zum Abschied. Sag tschüss und bis gleich im nächsten Teil. Bye, bye.